ja hallo meine lieben zuseher hier auf telegramm bei geoleben tv ich mache wieder mal ein experiment und zwar das experiment mit den ton topfen ja von den werden viele schon was gehört haben das wird überall angepriesen als die super tolle alternative ja probiert die dinge immer selber gern aus bevor ich etwas glaube und dann auch als gut befinde und das ganze eben dann auch weitergebe weil es bringt mir nichts wenn das ganze dann wirklich nicht das etwas ist verspricht das heißt aber wenn ihr zum beispiel einen raum habe ich bin jetzt bei mir im bad rinder ist der raum so riesengroß ja das heißt da gibt es auch eine realistische chance dass sich da was tut und wie gesagt wenn ich merke dass das nicht für bringt außer dass es mit von 18 auf 19 grad heizt ja dann ist das ganze das ganze grundsätzlich nicht wert das heißt da muss natürlich schon signifikant ein unterschied bemerkbar sein und das probiere ich jetzt einfach mal aus die arbeitste erinnern in meinem bad da haben sie man da oft das kann man richtig lesen es sind auf jeden fall 20,20,6 grad es ist jetzt nicht kalt erinnern die wohnen zu einem haus des sehr sehr warm ist ja also ich habe noch nicht eingeheizt sondern haben doch immerhin schon ende oktober und ich habe jetzt 20,6 grad dies ist jetzt einfach mal so der referenz wert quasi der anfangswert und dann schauen wir wie es sich auswirkt wenn jetzt dieser tontopfofen eine stunde daher innen brennt und wieviel dass es wärmer wird so der lange die freunde wir haben da zwei töpfe ein kleiner und größer den man dann so drüber geben da haben wir jetzt 1 2 3 4 t lichter die ganzen werde so auf diesen t lichtern stellen wir den kleinen luft drauf dass unten einfach ein bisschen luft rein kommt das kann man natürlich auch anders machen wenn man das will das ist eine kurze ausprobieren so damit ich den anderen topf drüber geben kann habe ich den kaputten topf das kann man professioneller machen aber das geht wirklich ums ausprobieren ja und dann gehe ich da jetzt einfach drüber also da herinnen in meinem bad hat es wie gesagt jetzt schauen wir mal 20,7 grad da rechts unten sieht man das ja und dann werden wir schauen was sich da jetzt tut ich lasse das jetzt einfach mal eine stunde brennen und dann schauen wir mal was sich eben wärme technisch verändert hat also der ofen da sieht man das geht noch das feuer ist noch an also die kerzen brennen und der ist auch heiß ja das heißt man kann den anklang dann so ein bisschen aber nicht lang ja der ist wirklich heiß das ist überhaupt nicht das problem das wird alles wunderbar heiß die frage ist wie wird strahls ab ja und wir sehen wir haben 21,1 grad 21,1 grad zuvor haben wir gehabt 20,6 das ist jetzt eine erwärmung da herinnen um 0,5 grad ja meine lieben das ist jetzt nicht sehr zufriedenstellend für das dass es ja auch ein bisschen riecht ja das gaselt ja auch also das ist ja auch nicht so wirklich super super gesund glaube ich also da müsste man totale naturkerzen nehmen wahrscheinlich ja und da wird es teuer ja wenn man da ja also das zahlst du auf jeden fall grundsätzlich einmal für das nicht aus dass es da wahnsinnig viel wärmer wird also wie gesagt 0,5 0,6 grad jetzt zeigt 21,2 an das ist ein bisschen raufgegangen es ist warm wie gesagt wenn man das die hand hin gibt da blast da oben bei diesem loch schön warm raus ja also das kann man ja nehmen wenn man vielleicht einmal irgendwas trocknen möchte handschuhe ich habe sie schon mal hergenommen wie mit dem auto im winter unterwegs war also mit meinem reisecar und da war es wirklich kalt da hat es unter 0 grad gab minus 2 3 grad ja und im auto da hat es so einen unterschied ausgemacht von sagen wir mal 45 grad ja daher in den 0,6 grad erwärmung in in einem bad das ungefähr zweimal zweieinhalb mal zweieinhalb also gut fünf quadratmeter fläche hat er das ist ja jetzt kein riesengroßer raum in dem sinne also man kann was wärmen bzw die hände hinhalten also wenn man so davor sitzt sich ein bisschen aufwärmt bevor man schon ja verliert dafür das macht sicher sinn heute sogar auf 21,3 grad aufgaben sehr spannend macht es das aus weil jetzt wieder erinnern bin keine ahnung so meine lieben freunde das spannende ist jetzt es ist ungefähr 20 minuten später nachdem ich vorher festgestellt habe dass es aber jetzt nur um 0,6 grad drauf gegangen ist innerhalb von zwei stunden ja wo der ruf und jetzt gebrannt hat der herinnen da habe ich ja zum schluss jetzt den ober also der größeren ofen runter gegeben und das interessante ist jetzt wirklich das innerhalb kürzester zeit also jetzt innerhalb 15 minuten oder gleich einmal merkt war wie das herr unten war ist es gleich mal nummer und zwar drei grad drauf tragen haben zwei drei grad drauf gegangen ja und jetzt haben wir 21,7 grad jetzt schwitze schon richtig teuer wie man sieht also mir wäre es aber es ist jetzt immerhin um 1,1 1,2 grad wärmer geworden im vergleich zu vorher waren es 0,6 also ob das jetzt das ausmacht also offensichtlich ja dass dass man da das zeige ich euch jetzt einfach noch mal wie gesagt zuerst habe ich den großen topf drüber gehabt und dann habe ich jetzt weg geben und dieser zweite topf da drüber natürlich wäre dann die gegenprobe den topf wieder rauf zu geben das mache ich jetzt dann auch noch und dann wartet man noch mal 10 minuten ob die temperatur wieder runter geht oder ob sie es hält ja das ist natürlich die frage zu beurteilen und die frage ist natürlich auch naja wann man diese zu weitermacht stunde um stunde um wie viel dass es dann noch wärmer wird aber wie gesagt es sind jetzt immerhin schon zweieinhalb stunden ja die da jetzt hier innen geheizt werden mit dem ton topf ofen und ja das ist natürlich jetzt wie gesagt so wie das immer so angepriesen wird auf diesen schönen wild videos ja von zwölf grad ist da einer ein vw bus fahrer oder besitzer das für sich heraus getestet hat hat es glaube ich jetzt nicht weil damals aber nur glaubt es ist vielleicht die die verkleidung dass der super toll verkleidet ist ja aber es ist ja in meiner wohnung jetzt ja auch das ist ja wie gesagt das ist ein niederwärmehaus oder wie die heißen da ist es von haus aus sowieso schon wärmer an dem liegt glaube ich eher nicht so mit dem nur einen kleinen topf haben wir da als 21,7 grad da warte ich jetzt nicht mal länger ich gebe jetzt einfach den großen noch mal drüber und dann warte noch mal zehn minuten ob es da wieder runter geht oder was auch immer also wie gesagt das ist nur der kleine den großen geben auch wieder drüber und dann warte noch mal zehn minuten und dann sehen wir sie aha jetzt ist es noch mehr auf 21,8 drauf gegangen das hat jetzt mit dem großen topf nichts zu tun es wärmt sich erwärmt sich einfach offensichtlich sehr langsam aber doch irgendwie immer noch so meine lieben freunde ein allerletztes mal jetzt sind ziemlich genau vier stunden vergangen seit ich mein bad jetzt mit diesem ton topf aufgeheizt habe es hat sich wärme technisch noch etwas verändert und das schauen wir uns jetzt kurz noch mehr an ja wir haben jetzt 22,3 grad nach vier stunden eine erwärmung von 20,6 von 1,7 grad ja 1,7 grad in vier stunden naja das ist jetzt nicht unbedingt die große welt knappe 2 grad erwärmung ja knappe 2 grad innerhalb von vier stunden aber immerhin man ich muss sagen es hat sich es ist von 20 grad 20,5 grad jetzt auf 22,3 22,4 es ist zumindest wärmer es ist angenehmer ja es kann auf jeden fall das ist auch so mein empfinden das ganze psychische wieder angenehmer machen dass man weiß war da geht es war ja es geht ja auch eine wärme weg von dem ding wenn man in der nähe ist das ist ja angenehm ja das hat auf jeden fall so einen einen wohlwollenden effekt sage ich jetzt einmal auch wenn wie gesagt knappe zwei grad erwärmung jetzt nicht unbedingt unglaublich viel klingen aber das kann schon immer so ein bisschen das zündliche sage ich jetzt mal ausmachen wenn es von mir aus wirklich mal zu kommen sollte das alles ausfällt ja und in der wohnung hat es nur mehr 16 grad ja dass man dann ein paar zwei so drei so töpfe aufstellt und sich das ganze dann um zwei vielleicht immer glück hat drei grad erwärmt im laufe des tages dann macht es natürlich einen unterschied ob es jetzt 16 grad hat oder 18 oder vielleicht sogar auch 19 man muss natürlich viele solcher töpfe dann auch aufstellen umso größer die wohnung ist daher immer in meinem bad das hat fünf bis 15 quadratmeter das ist natürlich wieder ganz was anderes es hat so ein bisschen man hat schon das gefühl man tut was es wird wärmer wie gesagt wenn man dort ist direkt am ofen da geht ja auch strahlt ja auch wärme ab aber es ist nicht so dass sich ein raum jetzt wirklich tatsächlich sage ich jetzt mal von von 16 17 18 grad dann auf 23 24 25 erwärmt das ist es nicht außer man stellt jetzt in dem fall das ist natürlich auch alles noch einmal auszuprobieren den zweiten topf dazu gibt dann noch mal die lichter das ist schon klar das wird dann natürlich auch seinen sinn haben also ausprobieren kann was auf jeden fall aber wie gesagt das mit den lichtern ist das ist also ein bisschen das gas und wie gesagt ein bisschen komisch also ganz so gesund kommt man das auch nicht vor das ist man damals im auto wie es ausprobiert habe ich habe dann auch im auto schlafen mit der heizung schon ein bisschen auf waren das ist eine ganze angenehm ja da muss man natürlich wieder in super gute kerzen investieren und dann ist das ganze ganz so billig ja so die licht also die ersten zwei sind jetzt abgebrannt aber die gehen doch immerhin gute drei stunden drei stunden vielleicht sogar ein bisschen mehr das bis so ein tierlicht abgebrannt ist ja also ja probiert es einfach selber aus wie gesagt der große ausreißer ist es nicht aber es kann schon so kleine wohlgefühle so so kleine wärme nischen sage ich jetzt mal auf jeden fall bringen aber umso größer die wohnung umso mehr töpfe braucht man einfach in dem sinne alles liebe bis zum nächsten Mal